Yo YouTube, Cracker hier, herzlich willkommen zur ersten Folge von Can You Beat Cracker. Wie ihr sehen könnt, nehme ich mir das Facecam auf und spiele heute gegen Payflow Rules, mein erster Gast. Willst du was sagen? Stell dich mal vor. Oh, jetzt bleibt er gut, ne? Und ich hole mir heute die 7500 Coins, ne? Ja, ist klar. Das werden wir sehen. Und ich hier, das ist mein wahres Gesicht, hier ist ein Geburtsfehler. Ich hoffe, ich bekomme es auch so zusammengeschnitten. Sponsor bei Petrov. Sergei Petrov, abonnieren. Aus Vladivostok angeflogen. Ist er jetzt live vor Ort bei mir? Aber vielleicht seht ihr ihn bei einer anderen Folge live. Denn er ist gerade... Post. Er hat auch einen Geburtsfehler. Er sieht so ähnlich aus wie Yu-Gi-Oh. Sieht so Yu-Gi so Yu-Gi-Oh. Yu-Gi. Klasse, wie er da das Aufbauspiel ist... Also, mit der Stimme werde ich irgendwie eine Lösung hinbekommen, dass ihr mich sehen könnt und auch gut verstehen könnt. Und ich hoffe, dass die Stimme jetzt auch passt. Und ich hoffe, dass die Stimme jetzt auch passt. Sehr gut. Mein Kollege. Ja, genau. Payflow Team. Meine Meinung ist, dass er gut ist. Kann besser sein, unerwartet, hat er schon irgendwie so Messi im Team Abseh hier und Ronaldo im Team Abseh hier erwartet aber normaler Ronaldos auch. Ach Gott, komm! Ich höre mich so scheiße an. Ja! Oh! Ich sehe aus wie ein Model, ich gehe glaube ich zu Heidi Klum. Ja, meins, meins, meins. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Alter, warum hat er den ihm erzählt? Ja, weiß nicht, im Plan. Die Maria, ich freue mich schon auf den Hinblick und auf die Übersteiger. Er kann einfach alles mit dem Bällchen. Guten Ball. Sieht fast aus wie eine Blutgrenze. Ein Ball. Oh Mann! Oh. Ich denke mal, es wird mein einziger Gegner sein, wo er ein spanisches Team hat. Denn der neueste Trend ist im Moment engländisches Team oder Silber-Team oder was auch immer. Die sind ja britische. Engländisches. Ja, ja, genau. Ich bin halt ein deutscher Kartoffel, ich. Segen Sie noch, dass du Kartoffeln gewonnen hast. Okay. Mal was? Was geht denn hin? Mal was? Was geht denn hin? Aber... Ja. Ach komm! Ja, sicher! Oh! Oh! Habt ihr den Trick gesehen und so wills? Ich mache daran ab. So brust man sich als Abwehrspieler. Aber wie hilft die dem COD, ey. Hä. Der ist ein Küssel jetzt. Jetzt schnell spielen! Jetzt steilspielen! Ja komm! Vorbei der Konter! Was willst Du machen? Wat?! Gut abgefangen hat er da den Ball. Was war denn da? Ja, komm. Junge, hör mal aufmachen. Hör drauf hinten, kannst du Atombombe loslassen. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Damit hast du selten Erfolg. Ui, ich hab's gerochen. Komm schon, Ronaldo, mach Arbeit, Mann. Ronaldo. Oh, meine Fresse. Er ist wieder aufmachen. Ronaldo. Er ist keine Stunde alt. Nicht, dass ich es gut mache. Also das ist der Bolzen des Spiels bisher. Oh, fuck it. Let's go. Ja, hier, Petrov hat mir extra hier aus Russland gerade eben frisch eingeliefert, der Controller. Nachdem ich mal wieder durch ein paar COD-Aktionen eskaliert bin. Cracker eskaliert. Oh, der kleine Mist geworden, alter Mann. Oh, Ronaldo. Oh, Ronaldo. Oh, Ronaldo. Er macht was hier. Er macht Arbeit. Es geht mir ganz genau so. Ich hab Bock, dass sie das gut von der Münze zu gehen, Alter. Kannst du was noch einmal aufmachen? Da ist die Verteidigung ja dran. Er versucht es trotzdem. Das ist der Mut. Und das wird zum Erfolg. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein Konter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Was du da? Ja. Oh. Peter, stumpf weg. Mit diesem schönen Tor. Gebt man dann wohl mit gutem Beispiel vorangehen. Er gibt die Richtung vor. Gebt mir mal meine Kontrolle, Alter. Ja, ich bin. Inhalten Kontrolle. Der liegt links auf dem Schrank. Links auf dem Schrank. Ich befürchte, ich bin zu weit vom Headset weg, Alter. Welche Schrank? Ja, da liegt schon im Fenster verdammte Scheiße, Alter. Ja, da liegt schon im Fenster verdammte Scheiße, Alter. Ja, da ist es vorbei. Ja, da ist es vorbei. Oh, was macht's? Sag mal! Ich glaube, ja, mach Batteriebox ab. Der Boden ist eh schon durchgebrochen. Fabriker. Ja, hier, hier. Das legen wir da hin. Ich kann mich schön werfen. Wut? Da kommen. Ich bin zu weit vom Headset weg, ne? Kann sie gleich uns sagen, ihr nehmt das nicht auf, Mann. Dieser Ball verhungert leider. Nein. Gut. 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 Schau's mich nicht an. Pödelhof in Tomsburg. Und jetzt an der Feuerbahn. Sag mal, was? Ja, was? Was nimmst du da auf? Ja, ich nehm da auf. Mit Alter City. Nein, nicht mit Alter City. Nimm da direkt auf von Elgato. Ja, hier, guck mal. Hier ist doch noch gut laut. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, gut. Oh. Schau mal auf 33, 35, 39. Oh. Du renn, ne? Wir sind immer noch in London, in Wembley. Ja, das ist mein erstes Stil. Ich bin, die mussten ja grad vom Flughafen abholen. Den kleinen Tippi hier. Der scheiß Flieger hat verspätet. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Ja, ja, ja. Ich musste mich geistlich vorbereiten auf den harten Kampf. Wir haben uns in der Lute polieren lassen. Ja, ja. Es ging halt nur eine heute. Fabrikas. Ah! 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 Amas! Magma, ä! Ja! Und trotzdem ein klassischer Stil. Oh mein… Da liegt der Controller, da liegt der Controller! Ne die Gehalte! Vergegen so wieder geholfen. Ja? Warte, ich mach mal just. Warte. Das dauert nicht lange. Das ist Ronaldo, das ist Ronaldo, das ist Ronaldo, das ist Ronaldo, das ist Ronaldo Wertin, schade. Der Schiedsrichterassistent sagt, er hat einen Eckball wertgegeben. Ich bin schon gut im Bild, alle. Schau mal, ja, ich bin gut im Bild. Ach, komm schon. Oh, merkst du. Mein Make-up passt. Der Pass kommt ab. Da stand er genau da, wo er zu stehen hat. Da ist er wieder, der Spezialist für die Gretchen. Ich komme mit Ansage hier, Ronaldo. Ja, mit Ansage, mit Ansage. Ganz klar, ganz klar. Gelb. Warum muss ich ihn noch verletzen? Den haben wir mal drauf, aber der trifft Söder nicht, Alter. Der Schiedsrichter zeigt an, es gibt Abstoß. Kommt keine Luft mehr unter der Maske, nee, doch, doch, doch. Er bekommt Unterstützung von den Kollegen. Ich bin der Kassen Flix, das ist gut. Jetzt müsste er flanken. Gefährliche Flanke. Gehalten. Ja, machen wir noch locker in den Outtäckchen direkt. Ein Mann, gell? Ja, das hat ihm wieder schon gefilmt. Komm schon, mein Magidison nicht. Ja, und im Defensivverhalten. Ja, was macht das Foul? Ey, Foul, der Nudel. Ja, Foul ist sie. Und der Gretz steht in den Gegner hinein. Ernst, jetzt. Das sieht gut aus. Meine. Meine Fresse, Alter, Alter. Wenn er nochmal zum Team einkommt, kann er sich gleich wieder verpissen, Mann. Er kann mal Luka. Was ist denn da? Ich muss noch aus, Mann. Mach du raus. Ja, Mann, Alter, ist das Gegentor gekommen, Alter. Mann, Alter. Er ist ein bisschen wie ein Scheiß-Kontroler. Verunsicherung. Und ich glaube, der gute Mann wird den Abpfiff herbeisehnen. So, einfach mal abgezogen und dann zappelt das Ding. Wunderbar. Alles wird gut. Klasse, wie der Abwehrspieler... Er ist sogar mal schießen, Alter, da. Zwei Kauten als Art, die Grätsche. So, lass kommen. Das ist immer wieder erstaunlich. Hier sehen wir es auch, wie schluderig man mit Eckstößen umgehen kann. Die Maria. Jetzt ist er durch. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Mann, ja, das hätte er jetzt mit dem Go gelten, also was... Das hätte er... Ja, genau. Da kann ich aber was für. Mesut Özil jetzt. Ja, hätte ich reinschieben können, aber wäre ja langweilig. Wir haben eine Chance lassen hier. Komm, Pepe, Flick ab. Pippi. Und schon wieder eine Grätsche. Oh, Pippi, ich freu nach mal kein Pippi. Komm, jetzt kommt Longshot, 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 nicht. Ich will dich übertreiben, aber... Ich will dich übertreiben, aber... Ja, gar nichts, Alter. Du, willst mein Gegner sein? Er treibt mir, Nachricht. Ich kann mir den Haul machen. Ein sehr schöner Pass. Ja, sicherlich. Diesen Schiri kennen wir. Der gibt garantiert Freistoß. Warten wir mal ja, bis Ronaldo kommt, ne? Die Mauer bewegt sich nach vorne. Sollte der Schiri mal ein Machtwort... Was? Oh, du Missgeburt! Ha, ha, ha. Sauber. Ach, komm, jetzt. So, jetzt gibt's hier Freistoß. Und der... Hand. ...sicht den Bad. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Oh, 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 oh. Oh. Oh, jetzt kommt er. Kollegen, helfen ihm schön. Oh, 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 oh. Ganz stark, ganz stark, jetzt kommt er. Oh, oh. Der passt genau richtig. Ja, ich bin gekommen. Und ich denke, das macht er genau richtig. Spielfluss zulassen. Mit der Fensemann hol den Pet drauf, hol mein Messer, Alter. Was? Wow, 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 das passiert. Bei diesem Foul erreicht der Frage... Neck. Was? Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Klare Sache, Einwurf. Ah, yeah. Was? Vorsicht. Der könnte passen! Oh, der könnte passen, Alter, Alter! Alter! Voll dich scheiß alter Mann! Du musst das nicht auf Waffen! Souverän! Verteidiger muss noch mal Tore schießen! Guck, ganz souverän hier! Sieht langsam düster aus für die Mannschaft, die zurückliegt! Aber Ronaldo muss... Ah, wer ist das hier? Ronaldo... Der muss auch einmal hier ein Rainbow-Tor machen! Vorsicht! Haut der den um! Wen ist denn sein Tor, Jungs? Wen ist denn sein Tor? Oh, ne! Oh, ne! Warum würde der Karte schwarzen? Glaube! Ganz stark! Ist hier! Oh, Mann! Sicher in der Ballbehandlung! Dafür kennt man ihn! Oh! Oh! Scheißung! Mascherano hat den Ball? Ja! Ja! Ey, Scheri! Flachst mich doch nicht, Mann! Mann! Da komm ich zum Schluss! Jetzt guckst du so, Hörle! Guckst du wie mein Budde, Mann! Mann! Guckst du wie Össi, Mann! Guckst du... Wart... Oh, komm! Oh, komm! Es war doch nix! Er rutscht doch aus, Mann! Dieses Foul zieht er gelb! Gibiii! Komm, Ronaldo. Jetzt aber! Ah, Schiri, 5 Minuten! Krupp! 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 Alter, komm! Jetzt hier! Mach ihn rein! Ja, wenn er jetzt reingegangen wäre, Mann! Er legt sich den Ball in den Viertelkreis. Es gibt Ecke! Hm, was machen wir? Ah, der wird schlecht! Der wird so schlecht! PP! Haha! Souverän, Alter! Der Junge, der hat's drauf! ARGH! Gönnest dir souverän! Puck! Ganz easy! So, und mit diesem Treffer hier ist ein Ende... Jeden Zweifel beseitigt. Das Ding ist gelaufen. Was fertig, Mann! Da spricht man wohl von einem Ehrentreffer. Das ist okay. Ey, meine Fresse, Mann! Ja, da treffen sie sich in aller Freundschaft! Mann! 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 Mann, Mann, Mann! Willst du als Trostpreis Ronaldo haben? Okay, gut! Danke, dass du mitgemacht hast! Verabschiede dich jetzt nochmal! Ja, bis denn! Ja, bis denn! Ja, bis denn! Ja, bis denn!